Mom, Dad und ich sind eine glückliche Familie. Das ist ein Meisterwerk. Schätzchen, du bist ein Naturtalent. Das ist alles deine Schuld. Du hörst mir nie zu. Ich kann das nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich hab mein Bestes gegeben. Daddy, bleib hier. Dad. Komm drüber hinweg. Ich bin dein neuer Dad. Unser Happy End fängt gerade erst an. Verschwinde, Kleiner. Wir haben hier zu tun. Was? Hier ist dein Frühstück. Lecker. Hier, Schatz. Lass es dir schmecken. Eklig. Ihr Lieben, drückt den Like-Button, wenn eure Mom eine tolle Köchin ist. Oh, es gibt noch mehr. Mein Pikachu. Dir geht's gut. Wo ist mein Frühstück? Hey, viel Spaß. Du hast mein Frühstück gegessen. Na und? Was soll's? Du kannst dein Frühstück zurückhaben. Hau rein. Ih, ist das eklig. Hey, Schatz. Mila ist ziemlich frech, was das Frühstück angeht. Mila, du solltest es aufessen. Mom, er hat ihm das Ei gebissen. Und es ausgespuckt. Das esse ich auf keinen Fall. Schatz, hör dir das an. Was? Keiner hört mir zu. Hasta la vista, Baby. Seht euch die Kraft meiner Eier an. Äh, was? Mila, dein Verhalten geht gar nicht. Du hast Hausarrest. Geh auf dein Zimmer. Komm schon. Schatz, es ist wirklich nichts. Es ist doch nur ein Smartphone. Danke, du bist so nett. Oh, ich muss zur Arbeit. Lieb dich. Bye, Schatz. Schrimps, halt dich fest. Das bedeutet Rache. Steve, Dad, suchst du etwa Ärger? Du wirst für mein kaputtes Smartphone bezahlen, du kleine Wanze. Ich werde all deine Lieblingsspielzeuge zerstören. Verabschiede dich von ihnen. Das kommt direkt in den Müll. Bye, bye. Meine Spielsachen. Nein. Ja, guter Wurf. Jetzt kommt der beste Teil. Wir verwandeln Spielzeug in Staub. Oh, toller Knall. Lass uns mal nachsehen. Oh, ja. Das ist alles, was von deinen Sachen übrig geblieben ist. Staub. Noch eins. Her mit Pikachu. Pika. Ich lasse niemanden zurück. Küsschen zum Abschied. Oh, Mann. Pikachu? Das war legendär. Schluss damit. Meine Mission ist vorbei. Keine Spielzeuge mehr. Sie sind verboten. Hey, macht auf. Seid ihr auf einmal alle taub geworden, oder was? Hey, Schätzchen. Ich hab dich so vermisst. Dad. Ich hab etwas für dich. Ich darf kein Spielzeug haben. Warum nicht? Mein neuer Stief, Dad hasst sie. Er hat meine Sachen zerstört und diese Schilder aufgehängt. Was machen wir denn jetzt? Dad. Ich hab eine Idee. Wir verstecken die Puppe im Geheimhaus. Hier ist sie absolut sicher. Lila, du bist ein Genie. Jetzt lass uns gehen. Ich hab Tickets für den Film. Ja. Komm, Prinzessin. Aha. Ich weiß, dass du etwas versteckst. Du denkst, ich würde die Puppe nicht finden? Du steckst in Schwierigkeiten. Hier ist das Kino. Ich kann es kaum erwarten, reinzugehen. Hey, wie kann ich dir helfen? Hey, was soll denn das? Sag mal, geht's noch? Geh sofort runter. Nimm die Füße runter. Sei still. Ich bin auf einer wichtigen Mission. Hä? Feieralarm? Sorry, der Film fällt aus. Geschlossen. Sorry, Schätzchen. Ist schon okay, Dad. Lass uns nach Hause gehen. Na ja, im Fernsehen laufen immer Zeichentrickfilme. Oh, das ist mein Lieblingsfilm. Hey, was ist das? Ich will das Basketball-Spiel schauen. Auf keinen Fall. Kartons. Das Spiel. Nein. Kartons. Ja, Dad. Leg dich nie mit einem Basketball-Spieler an. Echt jetzt? Und was willst du dagegen tun? Du bist erledigt. Raus hier. Oh je. Schau. Interessanter als eine Achterbahn, oder? Was ist das hier überhaupt? Willst du da auch rein? Dad. Perfekt. Der Wettbewerb ist vorbei. Komm schon. Wirf den Ball in den Korb. Dad. Ist das ein Geheimraum? Sieht aus wie ein verlassenes Kino. Wir sind Sessel. Unser eigenes geheimes Kino. Mila. Warte. Du solltest erst die Spinnbeam entfernen. Jetzt kommt der Film. Oh. So hell. Willkommen im Geheimkino. Das wird unser Film. Schätzchen. High Five. Raus hier. Du hast kein Ticket bekommen. Ich glaube, wir sollten mit einer Grundreinigung beginnen. Dad. Es gibt noch mehr Spinnbeam. Es ist blitzblank. Die Spinnbeam sind weg. Lass uns die Poster anbringen. Ja. Perfekt. Dad. Wo bist du? Hier drüben. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Vorhang für den Eingang. Willkommen in unserem Kino. Oh oh. Ups. Sorry, Dad. Möchte jemand Popcorn? Ich. Ich. Warte kurz. Hier kommt es. Dein Popcorn. Oh wow. Wie. Es ist alt. Das esse ich nicht. Äh. Okay. Wir überlegen uns was. Lass uns neues Popcorn holen. Okay. Okay. Die Luft ist rein. Komm. Was verheimlichen die? Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich muss nur ein bisschen Familienspionage betreiben. Gott. Das ist ein richtiges Kino. Da ist eine Theke. Popcorn. Mein Lieblingsessen. Käse wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt wird's gemütlich. Oh ja. Das ganze Popcorn gehört mir. Nein. Zu viel Popcorn. Hilfe. Holg mich hier raus. Ist da jemand? Das ist zu viel Popcorn. Ich habe es gerade noch aus der Popcorn-Valle geschafft. So cool. Komm, Mila. Loser. Hier ist unser Popcorn. Wir sind soweit. Dad. Setz die 3D-Brillen auf? Dad? Hast du eine? Nee. Aber ich hole welche. Ja, komm schon. Böp. Die brauche ich. Ich schneide 3D-Brillen aus. Oh ja. Ich habe Gläser. Als nächstes schattiere ich sie mit Markern. Ihr könnt mich gerne als Filmgenie bezeichnen. Ich mache nur noch einen Rand aus Pappe. Und bin fertig. Ich muss los. Hier ist deine Cola. Ja, komm schon. Löse. Divane. Schexchen, hier ist deine Brille. Wow, cool. Ich kann noch einen drauflegen. Mila, ich schenke dir ein 10DX-Film. Der wird dich umhauen. Setz dich hin. Ja, Dad. Ich kann es kaum erwarten. Bereit? Warte. Was soll ich waschen? Oh, meine Socke. Wird doch langsam Zeit. Ich schalte den Turbo-Modus ein. Wow, das ist abgefahren. So schnell. Juhu. Dad, du bist dran, Dad. Nein, 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 nein. Komm schon. Okay, na schön. So heftig. Stopp das Rennen. Oh, warte. Ich muss gleich. Dad. Was machen die da? Ein 10DX-Film. Mein Gott. Das würde ich auch gerne mal versuchen. Oh, warum passiert nichts? Wie haben die das gemacht? Oh ja. Super. Das gefällt mir. Oh, das ist zu viel. Oh, mein Kopf. Hilfe. Ich stecke fest. Was ist passiert? Oh nein, unser Kino. Das ist alles deine Schuld. Das passiert, wenn du gemein bist. Du bist verwandt, Deko. Es ist Cartoon-Zeit. Komm. Schatz. Mila. Ich bin zu Hause. Mom. Schau dir das an. Ein Kürbis. Erst für dich? Ich habe etwas Großes geplant. Hey, was ist mit mir? Was soll's? Nein, nein, nein. Kinder dürfen keine scharfen Gegenstände benutzen. Hier. Reif dir ein Spielzeugmesser. Aber es ist winzig. Perfekt, um ein Kürbis zu schnitzen. Oh ja. Keine Gnade für dich, Kürbis. Sieht gut aus. Mein legendärer Wurf. Daneben. Daran ist der Wind schuld. Mein nächster Wurf wird legendär sein. Hey, mein Kürbis. Nein, das ist jetzt mein Ball. Puh, äh, der Ball ist kaputt. Hier ist mein Halloween-Outfit. Kleine, hier ist dein Kürbis. Was ist denn passiert? Wer ist dafür verantwortlich? Sie. Er. Habt ihr gesehen, wer den Kürbis kaputt gemacht hat? Kommentiert eure Antworten unten. Lasst uns der Sache auf den Grund gehen. Gut. Warum bist du noch nicht angezogen? Es ist Halloween. Ich werde eine Hexe sein. Und du? Ich werde ein Basketballspieler sein. Okay, hier hast du Geld. Hier, Schatz. Und für dich. Danke, Mom. Geht. Und kauft euch ein paar Halloween-Kostüme. Beeilt euch. Ich liebe es, ein zu kaufen. Ein Ghostbusters-Kostüm. Das ist genau das Richtige für mich. Aber es kostet 200 Dollar. Und ich hab nur 100. Danke. Danke, dass du bei uns eingekauft hast. Bis bald. Hey, und was ist mit meinem Outfit? Ich hab eine Idee. Süßes oder saures? Oh, ein kleines Gespenst. Hier sind Süßigkeiten. Noch mehr? Da. Oh ja, schön. Noch mehr. Wahnsinn. Bye, bye. Oh, meine Süßigkeiten. Was? Hey, das ist nicht fair. Das waren meine Süßigkeiten. Jetzt nicht mehr. Mom. Er hat meine ganzen Süßigkeiten gegessen. Ich bereue es nicht. Ist das? Uh, süßes oder saures? Hier, bitte. Das ist alles, was ich hab. Nein. Gut, dann nimm mich. Warte. Ich bin's. Milas Dad. Heute ist mein Tag. Echt? Heute? Der 31. Oktober. Ja. Mila. Dad. Dad, ich bin's. Kleine, was ist denn passiert? Ich hatte weder ein Kostüm noch Süßigkeiten. Warte. Ich hab ein Kostüm für dich. Wednesday ist cool. Super. Außerdem hab ich noch Kinotickets. Ich ruinier's, Zine. Süßigkeiten Tag. Ich liebe diesen Film. Vereil dich. Dieses Ticket ist nicht gefälscht. Komm rein. Darf ich deine Tickets haben? Versteckst du irgendwelche Süßigkeiten? Nein. Sehr gut. Geh rein. Yippie. Der Film fängt jeden Moment an. Hey Dad. Warum haben alle Essen, nur wir nicht? Du hast recht. Willst du Popcorn? Ich will Süßigkeiten. Okay. Ich hol dir welche. Wo ist die Theke? Gibt es Süßigkeiten? Ah. Einen Moment. Ist das gut? Ich hab mir etwas überlegt. Da ist dein Monster. Ich hoffe, das reicht. Hey. Da sind keine Süßigkeiten drin. Na schön. Hey. Batman darf auch nicht rein. Ich bin kein Batman-Fan mehr. Kann ich jetzt reingehen? Nicht so schnell. Dein Gesicht. Was ist damit? Ich bin es. Bär. Ich kenn dich nicht. Erkennst du mich jetzt? Äh. Ja. Nein. Ich erkenne dich nicht. Funktioniert dein Gehirn noch oder was? Ich bin der Stief-Dad. Hau ab. Ist der Stief-Dad der Sicherheitsdienst? Der Mann ist echt komisch. Euer Sicherheitsdienst ist so streng. Ich darf nicht reingehen. Was? Ah. Du brauchst kein Ticket. Willkommen. Viel Spaß. Hey. Ich dachte, Batman-Kostüme sind nicht erlaubt. Dad. Wo sind meine Süßigkeiten? Oh, sind die für mich? Hände weg. Die gehören mir. Wie kann ich Süßigkeiten verstecken? Viel Glück. Oh, Superman. Komm rein. Meine Super-Pizza. Das ist erlaubt? Ich weiß, was zu tun ist. Wow, Spider-Man. Ich bin ein großer Fan. Ja, ich bin's. Oh, verstehe. Außerdem kann ich Süßigkeiten riechen. Du hast sie bei dir. Raus. Mein Spionagesinn sagt mir, dass der Sicherheitsdienst nichts Gutes im Schilde führt. Das ist ein echter Schlag. Kinder, mach das zu Hause nicht nach. Das sind Profis. Erbärmlich. Was? Erbärmlich. Batman. Ein Stück Pizza? Guten Appetit. Was ist mit meinem Dad passiert? Er ist ein ganz anderer Mensch. Wie kann ich Süßigkeiten für Mila reinschmuggeln? Gute Idee. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hier ist mein Ticket. Oh, es riecht sogar gut. Das bin ich. Und meine unglaubliche Ausstrahlung. Ach, mach dir nichts draus. Sieh mich nicht als Sicherheitsdienst an. Nenn mich Mason. Ruf mich an, okay? Halt. Sind das deine Süßigkeiten? Dad. Dad. Komm schon, Dad. Raus. Ich bin nicht dein Dad. Wo ist dann Dad? Dad. Dad. Wo bist du? Oh. Lass uns das wie Männer klären. Hasta la vista, Baby. Ich liebe Popcorn. Lust auf einen richtigen Kampf? Nimm das. Was? Das ist ein Duell. Ich bin nicht dein Dad. 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 Du hast mich geschlagen. Weißt du was? Es gibt noch Süßigkeiten. Süßigkeiten sind verboten. Wir sollten die Sache richtig stellen. Toller Film. Der war echt gut. Mila. Wo bist du? Oh, Mila. Hey, ich bin nicht Mila. Entschuldigung. Wo ist meine Tochter? Mila. Wo bist du? Schaut ihn euch an. Ich glaube nicht, dass sie sich in einem Popcornbecher versteckt hat. Man sagt, er sei der beste Dad des Jahres. Mila. Wo bist du? Schätzchen. Endlich habe ich dich gefunden. Schau mal, Dad. Das ist mein Stief, Dad. Ich finde, er sollte etwas Spaß haben. Was sind das für Knöpfe? Mal sehen. Ich werde diesen drücken. Schöne Massage. Mach rein. Au. Oh. Ich bin dran. Was soll ich wählen? Feuer. 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 Gut gemacht, Kleiner. Nimm das. Und das. Und das auch. Wir drücken alle auf einmal. Ja, das macht Spaß. Wir haben den Stief, Dad, besiegt. Zeit für einen Siegestanz. Gib mir fünf. Wir sollten nach Hause gehen. Sie ist immer nur bei dir. Ich bring sie nach Hause. Sie ist meine Tochter. Kleine, lass uns gehen. Lass das. Sie gehört mir. Du hast verloren, Loser. Wir gehen nach Hause. So, da wären wir. Wir hatten einen Riesenspaß. Oh, das hätte ich fast vergessen. Das ist für dich. Mein Wohnmobil. Danke, Dad. Bye, Kleiner. Also, sollen wir? Bye. Du musst los. Dieses Wohnmobil ist mein Lieblingsspielzeug. Meine Puppen lieben es, darin zu wohnen. Mila, weißt du, wo mein anderer Rollerblade ist? Ich hab schon überall gesucht. Wer ist da? Hey, darf ich reinkommen? Hey, darf ich reinkommen? Nö. Bye. Hey, warte. Heute ist der 25. Daddy-Tochter-Tag. Du hast recht. Es ist der 25. Gut, komm rein. Mila, dein Dad ist hier. Dad, ich hab dich so vermisst. Schätzchen, komm, wir gehen in die Küche. Wo ist mein Rollerblade abgeblieben? Oh, das Wohnmobil. Es hat auch Räder. Perfekt. Hast wie angegossen. Und los. Autsch. Hey, bist du verletzt? Oh nein, mein Lieblingswohnmobil. Er hat es kaputt gemacht. Willst du ein neues Wohnmobil? Wow. Ja, Dad. Ich kauf dir, was immer du willst. Oder auch nicht. Ich hab nur noch 20 Dollar. Oh, ein altes Wohnmobil. Für einen 20er. Ich kauf es. Also, hier ist es. Genau wie auf dem Bild. Oh, tonnenweise Müll. Gut, ich räume erst mal auf. Das ist ein Schrotthaufen. Diese Tür kann man reparieren. Was? Oh, das ist viel mehr Arbeit, als ich erwartet hab. Okay, ich krieg das schon hin. An die Arbeit, Max. Du schaffst das. Für den Anfang werd ich den ganzen Müll aufsammeln. Sehr gut. Der ganze Müll ist weg. So, so, so. Max will diesen Wohnwagen umgestalten. Die Tür und die Wand. Ihr gehört in den Müll. Ich werde seine Arbeit ruinieren. Ich werf den ganzen Müll hier rein. Hahaha. Okidoki. Was? Wo kommt der Müll her? Wer war das? Entschuldigung. Ich geh mal lieber. Oh, nein. Die letzte. Puh. Was? Spinnweben. So viele. Ich weiß, wie man richtig sauber macht. Weichspinnweben. Die Spinnweben sind weg. Ich liebe Zuckerwatte. Was? Das ist keine Zuckerwatte. Ah. Der Wohnwagen braucht Wände. Oh, ja. So geht alles viel schneller. Sehr gut. Zeit, dein Platz für die Fenster zu wählen. Geschafft. Aber jetzt brauche ich eine Säge. Superman wird helfen. Ein Fenster. Und noch eins. Das ist sowas von abgefahren. Oh, ein Mini-Fotoshooting für meine Fans. Das war's. Ich muss los. Was war das? Ihr Lieben, habt ihr gesehen, wer das war? Kommentiert eure Antworten unten. Danke. Jetzt muss ich die Balken vorne befestigen. Eine weitere Hand würde nicht schaden. Okay. Wow. Zeit, das Wohnmobil zu streichen. Oh. Blau und weiß. Aber irgendwas fehlt noch. Stimmt. Mila mag rosa. Und wie erhält man rosa? Indem man rot mit weiß mischt. Ich bin so clever. Ja, genau. Rosa streichen. Puh. Mila wird ihr neues Wohnmobil lieben. Ein Pinsel? Nö. Milas Lieblingspuppe? Oh, ja. Okay. Ich werde weiter streichen. Oh, nein. Milas Puppe. Was habe ich getan? Sie wird traurig sein, weil ich ihre Lieblingspuppe ruiniert habe. Nein. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Mach sie bequem, Püppchen. Willkommen in Max Hair Salon. Wow, cool. Mila wird die neue Frisur lieben. Das Wohnmobil sieht von außen super aus. Aber das Innere ist das reinste Chaos. Wie kann ich das alles schnell streichen? Oh, stimmt. Ich habe eine tolle Idee. Ein Eimer mit Farbe und Dynamit. Diese Kombination ist brandgefährlich. Anzünden und verstecken. Wie weit ist der? Oh, nein. Das war ein schlechter Zeitpunkt, um vorbeizukommen. Wow. Das Dynamit hat super Arbeit geleistet. Es ist makellos. Mach das bitte nicht nach. Ich habe noch viel zu tun. Ein rosa, flauschiger Teppich. Und weiche Kissen. Fehlt noch etwas? Klar. Eine rosa Tür. Ich werde sie schnell befestigen. Die Tür ist fertig. Oh, mein Fuß. Oh, mein Fuß. Was für ein gemütliches Fenster. Ein weißer Zaun und das Wohnmobil. Ich bin fast fertig. Oh, der Ausgang ist auf der anderen Seite. Leute. Ich werde einen hübschen Weg aus Steinen machen. Stühle für die Terrasse. Perfekt. Und es fehlt ein süßer Picknick-Tisch. Und was fehlt noch? Stimmt, ein Pool auf dem Dach. Aber wie kommt man da rein? Genau, ich brauche eine Leiter. Und eine Rutsche auf der anderen Seite. Oh, Mila wird es lieben. Was noch? Stimmt, Lichter. Hey, Glüben, lasst mich los. Na bitte, das ist so gemütlich. Milas Lieblingsspielzeug mit dem Wohnmobil leben. Hey, Barbie, machst du die Tür auf? Danke. Ich bin fertig. Ich kann meine Tochter rufen. Mila. Schätzchen, dieses Wohnmobil gehört dir. Wie findest du es? Wow, Dad. Da ist eine Rutsche. Was ist da drin? Wow, es macht so viel Spaß darin zu spielen. Um ist dein Pool. Willst du mal nachschauen? Sei vorsichtig. Wow, Dad. Dieses Wohnmobil ist so magisch. Schön, dass er dir gefällt. Du kannst hier den ganzen Tag lang spielen. Bald hab ich es geschafft. Bald hab ich es geschafft. Bald werd ich mir mein Traum erfüllen. Warte, Pickup. Wir sehen uns bald. Na, na, na. Ich hör etwas. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es. Ich hab endlich meinen Schatz gefunden. Ich werde Millionär. Mein Traum wird wahr werden. Bei dich. Was ist das? Wo ist mein Schatz? Mehr? Oh, Mann. Dieses Bett hat bestimmt einen doppelten Boden. Und ich werde den Schatz bekommen. Was? Ein Sparschwein? Mehr nicht? Sorry. Ich hab gegen Termiten gekämpft. Und sie haben dein Bett gefressen. Ja, die Tür klingelt. Perfektes Timing. Wer ist da? Er ist wieder da. Hey, ich bin mit meiner Tochter hier. Ich will meine Tochter sehen. Oh, mein Kopfhörer. Hast du etwas gesagt? Hier, danke. Schätzchen, das ist ja furchtbar. Was ist mit deinem Bett passiert? Nicht weinen, Dad. Dir fährt doch bestimmt etwas ein. Du bist der Beste. Oh, wie süß. Ich hab da auch schon eine Idee. Sieh dir das an. Hier, ich baue dir ein neues Etagenbett. Wie findest du es? Dad, nein. Ich bin zu alt für dieses Bett. Das will ich haben. Siehst du? Bist du sicher? Bitte, bitte, bitte. Bitte. Dad wird das schon hinbekommen. Ein großer Magnet. Den brauche ich. Ich schalte den Holzmodus ein. Es klappt. Super. Ich hab alle Bretter. Jetzt mach ich das Bett. Das ist ein Kinderspiel. Schaut auf meine Hände. Ich wollte schon immer ein Zauberer sein. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kind Joy. ARD Text im Auftrag von Funk